Herzlich willkommen bei der Stockweinwoche. Ich freue mich, dass wir wieder da sind dürfen im Hause Stock. Seit Jahren Glas verbunden, sieben Tage, sieben Schnäpse. Ich bin das Weingut. Weingut kann kein Kürnbau. Ich bin der Chef selber. Leider oder Gott sei Dank. Wir sind sehr froh, dass wir hier heuer das erste Mal bei der Jubiläumsweinwoche mit dabei sind. Und ich muss sagen, ich trinke an dem Balkonalkohol, aber bei diesen guten Weinen, da kann sogar ich nicht mehr sagen. Kussisch, Schorsch, grüßt die Welt. Der Daniel und die Eltern machen das super und ich freue mich, dass wir dabei sind. Wir kommen hier bei uns im Stock Fünf-Sterne-Ressort. Das erste Event nach der Ernte ist immer die Stockweinwoche. Und da freuen sich sie natürlich alle. Wieder ein klasse Menü jetzt und alles gut. Das erste Event nach der Ernte ist immer die Stockweinwoche. Das erste Event nach der Ernte ist immer die Stockweinwoche. Auf dem Stock fühlt man sich jederzeit wohl. Also hier passt alles. Das beste Wellnesscenter, das ich je gesehen habe. Und das ist wirklich ungelogen, die Wahrheit. Traumhaft schöne Zimmer und Suiten. Das beste Essen, was halt jederzeit auch noch verfügbar ist. Und der beste Wein. Also besser geht's nicht mehr. Das erste, was es gleich. Das erste, was ich bei dir. Aber einfach sein. Das ist übrigens ein wenig. Alles nebist. Auch wenn du zu ein wenig. Oh, ganz. Wanderin.